Ja, wir haben heute eine neue Flaschenreinigungsmaschine bei uns in die Flaschenabfüllung integriert und wir haben also damit ein Maschinenteil, ein Aggregat ausgetauscht, was etwa 40 Jahre hier bei uns gestanden hat. Einfach aus dem Grunde, dass wir eine Effizienzsteigerung haben, haben wir uns entschieden vor gut einem Jahr, dass wir diesen Maschinenteil ersetzen. Hinzu kommt, dass wir etwa 50 Prozent weniger Wärmeverbrauch haben. Wir sparen etwa 70 Prozent Wasser ein und auch was Reinigungsmittellauge angeht, um halt die Flaschen zu reinigen, werden wir auch etwa um 50 Prozent einsparen können. Das heißt, wir haben also eine qualitative Verbesserung unserer gereinigten Flaschen. Wir stehen ja fürs Mehrwegsystem und haben uns da entschlossen, halt diesen Weg auch weiterzugehen, dass wir also da unsere Mehrwegquote einhalten können und das halt auf hohem Niveau. Deswegen sind wir da heute sehr stolz drauf, diese Maschine einbringen zu können und freuen uns auch, dass unsere Gesellschafter so investitionsfreudig sind. Vielen Dank.